So, ein wunderschönen guten Tag. Das Wochenende steht vor der Tür. Heute ist großer Beauty-Tag, ja? Schatzi? Ja, für dich, ne? Endlich mal zum Friseur. Ja, für mich geht's endlich mal zum Lockenschlosser. Und ich geh zur Kosmetik. Und Frauchen geht zur Kosmetik. Ja, wunderbar. Wunderbar. Wir werden euch berichten. Wir sehen danach aus wie... 20. Mindestens. Besonders du, Schatz. Oh, hallo Freunde. Hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert, aber das lag an meiner Frau. Da. Da ist sie, die 21-Jährige. 20. Ja, und jetzt geht's zum Schulfest. Die ist 40 eigentlich. Hör doch mal auf. Kannst du manchmal nicht immer so... Weil Instagram... Das war mal geworden, ja? Da haben die Dinosaurier noch gelebt. Quasi. Ja. So alt ist es. Hinten ist der Grillaufhänger, unten ein Papierwinkel. Und jetzt geht's zum Schulfest, ja? Abschlussfest. Erste Klasse geschafft. Haken dran und... Ja. Sommerferien.